Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz für deinen Kekse. Nun kommst du wieder. Meine Frau eröffnet ihr Kaffee. Was passiert, wenn ich es rausfinde? Was passiert? Es gab einen Unfall in Jerusalem. Oren ist gestorben. Hallo. Ich fragte mich, ob du einen Arbeitnehmer hier brauchst. Woher bist du? Berlin. Die Cookies du hast, sind sehr gut. Du möchtest? Ja. Ich würde sie in der Kaffee verkaufen. Ouh! Ihr Mann, hat er sterben, nicht? Ja. Eigentlich war er oft in Berlin. Er brachte uns die Cookies, wie die du hast. Du kennst mein Sohn? Ich bin sorry. Nimm einen neuen Sohn. Wir wollen dich nicht hier. Verstehst du mich? Familie ist wichtig. Nicht alleine zu sein. Was hast du gemacht? Ich hab sie geküsst. Ihr. Und was hast du da gemacht? Wir haben Liebe gemacht. Like. Aber. Can San Andreas. Was hast du jetzt bei der Liebe gemacht? Eh, eins mit euch jetzt!